Hallo, mein Name ist Matthias Müller-Blech. In dem nächsten Film möchte ich euch den YEM als Kryptowährung der Zukunft vorstellen, der schon mitten drin ist. Und zwar auf der Safe Zone Vision hier oben ist eine Internetseite, wo man alle Produkte sieht. Die stelle ich euch Stück für Stück dann vor. So, und zwar halte ich den YEM selber als besseren Bitcoin, weil er stabil ist, was man von Bitcoin nicht sagen kann, der schwankt zu stark. Bevor wir aber auf das Eingemachte gehen, bevor ich euch die Produkte nach und nach auf meinem YouTube-Kanal vorstelle, muss ich erst mal noch das Rechtliche euch zeigen. Und zwar spielen wir dafür eine Seite ein. Den Haftungsausschluss und natürlich alles, was hier gesagt wird, dafür bin ich nicht rechtlich zuständig. Alles andere Seiten, da nehme ich natürlich auch die Haftung vollkommen ab, was Voraussagen betreffen. Vielen Dank und wir sehen uns gleich im Video. Ja, das ist Matthias von der Bimmüller-Blech. Ich möchte euch heute zeigen, wie man auf der Safe Zone seine Kontodaten ändern kann. Du gehst also wie gesagt hier drauf, auf der Webseite von der Safe Zone oder gehst auf den nächsten Link, hier ist der Link und du lässt es zu. Du gehst auf Portfolio. Du bleibst auf der selben Seite und landest bei dieser Ansicht und klickst dann hier drauf auf das Bild. Du gehst auf Besuchen und klickst dann hier drauf, bestätigst deine Zahl und klickst dann auf Get Your Safe Zone Pass. Da kommst du auf diese Seite, du loggst dich ein, gibst deine PAN-Nummer ein, dein Passwort ein, dein PIN natürlich, der ändert sich ständig hier oben, dann gibst du hier ein, dann kommst du hier raus. Gehst du auf Profile drauf, gehst dann auf Account-Profile, wenn du das ändern möchtest und speicherst das ab. Dann kommst du hier drauf, die Seite und gehst auf Ina Member. Dann gibst du wieder deine PIN ein und machst Confirm und gibst natürlich diesen Schritt und gibst die ganzen Daten hier ein, dann kannst du die ganzen Kundendaten ändern. Die E-Mail-Adresse ist bereits vorhanden, alles andere kannst du hier austauschen und gehst auf Speichern. Das war's schon, ich denke mich konntet ihr hier wieder weiterhelfen, falls noch weiterhin was Infos und Informationen braucht, geht doch auf meinen YouTube-Kanal, geht auf Abonnieren, dann werdet ihr immer auf den aktuellen Stand gehalten und bleibt immer cool drauf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euer Matthias Müller-Blech. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.